exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren der medienwissenschaftler dr marcus blum von der universität köln sagte dazu es scheint als ob bestimmte politische kräfte mehr mediale aufmerksamkeit bekommen als andere dies fördert nicht die ausgewogenheit in der politischen berichterstattung und kann das vertrauen in die medien insgesamt untergraben dr blum betonte dass medien die aufgabe haben als neutrale plattformen zu fungieren und sicherzustellen dass alle relevanten politischen kräfte die möglichkeit haben ihre standpunkte zu artikulieren ein weiteres problem das nun intensiver diskutiert wird ist die frage wer entscheidet welche politischen strömungen als relevant genug betrachtet werden um in solchen formaten vertreten zu sein die kritiker argumentieren dass neue und aufstrebende politische bewegungen oft schwierigkeiten haben sich gegen etablierte parteien durchzusetzen wenn ihnen der zugang zu großen medienplattformen verwehrt wird dies könnte dazu führen dass der politische diskurs in deutschland einseitig und wenig diversifiziert ist die entscheidung des wdr das bündnis sarah wagenknecht doch noch einzuladen wird daher als ein schritt in die richtige richtung angesehen es bleibt jedoch die frage ob diese entscheidung aus überzeugung oder aufgrund des öffentlichen drucks getroffen wurde viele beobachter werden aufmerksam verfolgen wie sich der wdr und andere medien zukünftig zu neuen und aufstrebenden politischen strömungen positionieren das bündnis von sarah wagenknecht das sich besonders für sozial benachteiligte einsetzt und gegen die wachsende kluft zwischen arm und reich wird nun also eine plattform bekommen um seine standpunkte zu vertreten für die anhänger der neuen bewegung ist das ein sieg der zeigt dass öffentlicher druck durchaus veränderungen bewirken kann wie sich diese entscheidung auf den politischen diskurs und die kommende europawahl auswirken wird bleibt abzuwarten klar ist jedoch dass die medien eine zentrale rolle dabei spielen den demokratischen prozess zu unterstützen indem sie alle relevanten meinungen und positionen repräsentieren anita farke mittwoch fünften juni 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen